Und dann Moinzen zur Preview zum Auswärtsspiel morgen Abend in Darmstadt. Ja, morgen Abend wird es, wie gesagt, kann ich direkt an erster Stelle sagen, ja, einen Reaktions-Livestream geben. Wie auch schon gegen Osnabrück. Das mache ich jetzt ja öfter, wenn ich die Auswärtsspiele hier quasi alleine hier in Ansbach anschaue. Deswegen wird auch das Hannover-Spiel keinen Auswärts-Live-Reaktions-Livestream haben, weil ich da schon wieder, ist ja dann ein bisschen freie Zeit, so zwei Wochen lang hier mit Weihnachten und Silvester und da bin ich halt schon zu Hause, deswegen wird es da keinen Live-Reaktions-Stream geben. Vermutlich wird es da auch wieder Podcasts und sowas geben, ne, aber der, und Trailer und so natürlich, wie ihr es kennt, aber der Stream ist da, ja, der funktioniert einfach nicht, der kommt da nicht, genau. Beziehungsweise, da schaue ich natürlich mit mehreren Leuten und nicht nur alleine das Spiel an, deswegen kommt da kein, kein Stream. Und wir haben wieder die absolute Steilvorlage bekommen für Montagabend. Unfassbar. Bielefeld spielt 0-0 in Heidenheim. Ich habe davon ein bisschen was von der Konferenz gesehen. Anscheinend war es ein relativ hochwertiges Spiel für das Ergebnis quasi, ein hochwertiges 0-0. Und dann vorhin habe ich doch in der zweiten Hälfte quasi der Organkonferenz mitgefiebert. Sannhausen 1-1 gegen Hamburg, sehr schön. Sannhausen hat es sogar noch am Ende kurz vor Schluss eine Riesenschance gehabt, um es 2-1 zu machen. Aber ich bin schon sehr zufrieden damit, dass der HSV schon mal nicht gewonnen hat. Und damit stehen wir jetzt nämlich extrem angenehm da, sollten wir morgen Abend gewinnen. Wenn wir morgen Abend in Darmstadt gewinnen, sind wir zwei Punkte, haben wir 32 Punkte, sind mit zwei Punkten unter Bielefeld, aber eben auf zweiten Platz mit zwei Punkten über dem HSV. Das wäre schon ziemlich, ziemlich geil. Und dann fährst du noch vor der Winterpause nach Hannover. Aber da ist es halt wieder, Hannover und Darmstadt sind beides so richtig, ja, auf die Spiele habe ich keinen Bock, so gefühlt. Weil das sind, glaube ich, richtig ekelhafte Dinger. Weil Darmstadt hängt jetzt unten auch irgendwo auf 14, genau Hannover auf 13. Die haben gestern tatsächlich auch verloren in Bochum. Also da ist jetzt kein großes Aufbäumen gewesen, scheinbar nach dem 3-2 gegen Aue, was ja gerade auch nicht schlecht steht, Aue letzte Woche. Aber jetzt verlieren sie dann die Woche drauf in Bochum, also Konstanz ist da auch nicht drin. Bei Darmstadt, die haben letzte Woche 0-0 gespielt gegen Wiesbaden. Wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen davon, beziehungsweise von dem Spiel gar nichts. In Bielefeld, das habe ich mir, glaube ich, in der Zusammenfassung von mir jetzt mal angeschaut, da war ich ja parallel in Sandhausen, haben sie zu Hause gegen Bielefeld verloren. Aber gut, Bielefeld ist ja gerade auch Nummer 1 hier in der Liga. Verloren haben die ja auch seit Jahrhunderten gefühlt kein Spiel mehr, die Bielefelder. Von dem her war das, glaube ich, zu erwarten, dass sie zu Hause gegen Bielefeld verlieren. Und auch, alle erwarten wahrscheinlich jetzt wieder, dass sie zu Hause gegen uns verlieren. Ich, boah, ich bin mir da einfach nur unschlüssig. Ich bin mir einfach nur unschlüssig, was ich von dem Spiel am Morgen halten soll. Weil wir haben wieder so eine geile Vorlage, das heißt, es könnte so enden wie in Sandhausen, dass du diese unfassbar geile Vorlage zu dumm bist zu nutzen und sie nicht nutzt. Oder du schaffst es halt gegen Nürnberg, wie gegen Nürnberg, da gab es ja auch schon mit dem Ergebnis eine Vorlage, die zu nutzen. Und es wäre halt extrem wichtig und so muss man halt auch mal zeigen, dass der VfB aufsteigen will. Fertig aus. Der VfB ist ein Verein, der aufsteigen will in die 1. Liga. Und dann musst du solche Situationen und solche Vorlagen und solche tabellarischen Situationen einfach ausnutzen. Dann musst du sowas ausnutzen und zeigen, warum du dann am Ende hoffentlich dann auch verdient aufsteigst. Aber wenn du solche Spiele gewinnst, dann untergräbst du das nochmal, dass du aufsteigen willst. Und wenn du sowas wieder verlierst, dann bist du wieder einfach nicht reif genug, wie in Sandhausen. Das war auch eine Leistung, die war nicht reif genug. Fertig aus. Gegen Nürnberg war jetzt auch, naja, ich habe in der Review schon viel gesagt, das war jetzt auch nicht so das überragende Weltspiel. Aber wir haben es zumindest gewonnen und das auch eigentlich relativ verdient, muss man sagen. Auch wenn Nürnberg halt auch gerade absolut die Scheiße am Fuß hängen hat. Klar, den Elfmeter hätte ich, wäre der gegen uns gepfiffen worden, hätte ich wahrscheinlich ausgetickt. Das war so ein Bullshit-Elfer, aber heutzutage einfach richtig. Auch wenn man da wieder, wo ich auch wieder, kann ich wieder Fässer aufmachen bei dieser Scheiße mit der Handregel. Wie der gestern zum Beispiel Leipzig einen Elfmeter bekommt in Düsseldorf. Der schießt dem aus einem Meter zwei oder so, schießt er den auf den Bauch oder so auf jeden Fall extrem stark klar angelegt. Der Arm oder die Hand, ich weiß nicht mehr genau, was es war, schießt er den aus zwei Metern an. Wenn die Hand nicht da ist, was ja im Fußball irgendwie nicht darf, dann geht der Ball an den Bauch. Das ist halt einfach kein Handspiel. Fertig aus. Das ist halt einfach kein Elfmeter wert, sowas. Gleichzeitig kriegt dann Dortmund gestern keinen Mainzer oder Mutter Mainzer quasi. Klar, muss ich ja irgendwie abstützen, aber es ist halt gefühlt Torwartmaniere, den am 16er halt einfach gefühlt hält, wie so ein Torwart sich da hinschmeißt. Das ist halt einfach unfassbar lächerlich. Und ich glaube, jetzt mache ich gleich mal was, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Oder was heißt zu lange, was ich noch nie gemacht habe. Und werde hier kurz mal die Aufnahme wahrscheinlich gleich stoppen. Denn da der VfB gerade seine Mitgliederversammlung hat und das jetzt gerade vom Timing nicht passt, wenn ich hier jetzt 20 Minuten lang einfach so durchlaufen lasse quasi und dann sage, wer Präsident geworden ist. Weil das ist anscheinend die Reden dran. Riedmüller war anscheinend gerade dran. Dann kommt Klaus Vogt noch. Bisher, ja, was war so interessant. Dietrich wurde nicht entlastet fürs Geschäftsjahr 2018. Wurde, glaube ich, auch niemanden. Der Vizepräsident wurde entlastet. Hitzesberger auch mit einer unfassbaren Mehrheit. Ich glaube, 94 Prozent. Hier lese ich es gerade. Also aufgerundet. Gab anscheinend ein paar schöne Reden. Auch zum Thema Inklusion und sowas. Echt schön. Auch viel Erklaus. Willkommen Hitzesbergers Rede. Hat auch viel Applaus geerntet anscheinend. Genau. Wir haben einen neuen Biersponsor, wenn man das so nennen kann. Auf jeden Fall ist jetzt Stuttgart der Hofbräu ab 2021 bei uns dabei. Genau. Und ein paar andere Sachen wurden abgestimmt. Zum Beispiel, glaube ich, wurde auch abgestimmt oder erfolgreich abgestimmt. Das sollte diese Technik wieder versagen. Das muss man mittlerweile irgendwie damit rechnen quasi sozusagen. Das einkalkulieren auf jeden Fall. Sollte es passieren, dann wird per Handzeichen oder per Kartenzeichen und wir immer halt nicht technisch quasi abgestimmt, sondern halt noch quasi nach Augenzählung. Und dann stoppe ich kurz diese Aufnahme hier und komme dann ein paar Minuten später wieder zurück, wenn ich dann weiß, wer Präsident gewählt worden ist. Kann auch vielleicht kurz sagen, mein Favorit. Das ist mir, wie gesagt, offensichtlich nicht dabei live. Also wir werden nicht abstimmen. Es sind, glaube ich, ca. 2000 Leute da oder sowas in der Schleierhalle. Ich muss sagen, ich könnte es gar nicht großartig begründen, anders als dass ich einfach das Gefühl habe, dass der Vogt ein bisschen mehr Fußballahnung hat, wenn man es so formulieren kann. Einfach mehr das, was er schon gemacht hat, hier Montagabendspiele abschaffen und da einfach den Draht auch ein bisschen mehr in den Fußball drin hat. Auch mit dem, was er so an seinen eigenen Sachen hat. Einfach noch ein bisschen mehr als der Herr Riedmüller. Die sind beide, habe mir ein paar Sachen angeschaut, die sind beide extrem sympathisch, finde ich. Finde ich, die würden beide passen, sind beide extrem sympathisch unterwegs, beide sehr offen gewesen in der ganzen quasi Wahlkampfperiode. Jetzt formuliere ich es einfach mal so komplett falsch, aber nehmen wir es so mit. Da waren sie sehr offen, waren bei sehr vielen Fanclos, wie ich so gelesen habe, sehr viele Interviews gegeben, sehr fannah gewesen. Das war auf jeden Fall sehr angenehm. Aber ich habe einfach so das Gefühl, dass der Riedmüller, dem wurde jetzt auch ein bisschen scheiße da quasi reingeredet mit seinen Aussagen, ich glaube zum Aldi war es. Und irgendwelche alten Facebook-Digger, die dann auf einmal nach einem halben Jahr oder so wieder rausgeholt werden wurden und nicht mehr klar war, dass der Typ sich da jemals für einen VfB irgendwie bewirbt. Das war ja zu dem Zeitpunkt gegen diese Askasi-Barrote-Karte, wo er sich auf Facebook aufgeregt hat. Das wusste ja auch noch keine Sau, dass er sich da irgendwie bewirbt. Also ich frage mich, wer das da screenshotet quasi und das jetzt dann, um das dann acht Monate später wieder rauszugraben. Aber der, ja, dem wurde auch ein bisschen geschadet durch das ganze Außenzeug, wofür er eigentlich nichts kann. Also da auch ein bisschen mies eigentlich, haben sich beide geäußert, waren beide auch kameradschaftlich quasi, also jetzt war jetzt kein Wahlkampf, keine Beschimpfungen oder so ein Quatsch. Also wie gesagt, die kann man eigentlich beide wählen, finde ich definitiv. Aber für mich hat dieser Vogt auch hier noch ein bisschen FC Fairplay und so Sachen noch ein bisschen mehr Draht zum Fußball, hat für mich ein bisschen mehr Ausstrahlung, wenn man es so ausdrücken kann. Und dann halte ich jetzt mal kurz hier die Aufnahme an und komme dann zurück, wenn unser Präsident gewählt worden ist. So, und wir haben einen neuen Präsidenten, der auf den Namen Klaus Vogt hört. So wie ich es auch erwartet hätte, war aber relativ knapp. Kam gerade eben rein, die Nachricht, denn man konnte ja quasi, es gab keine Abstimmung Vogt oder Riedmüller, sondern es gab eine Abstimmung Vogt, ja, nein, und es gab eine Abstimmung Riedmüller, ja, nein. Klaus Vogt war ein neuer Präsident mit aufgerundet 65% Ja-Stimmen bei seiner Umfrage, Riesmüller mit aufgerundet 53% Ja-Stimmen in seiner Umfrage, 1327 haben für Ja-Vogt gestimmt und 1029 für Ja-Riedmeier, also tatsächlich relativ, ja, gut, das sind jetzt so knapp 250 oder nee, was glaube ich da, ziemlich genau 300 Stimmenunterschied, aber es ist eigentlich tatsächlich einen Ticken enger, als ich es erwartet hätte. Aber so wie ich es jetzt auch, äh, trotzdem auch selber abgestimmt hätte, hat Klaus Vogt jetzt den, das Präsidentschaftsamt inne bis 2020, dann wird ja nächstes Jahr nochmal gewählt, war ja nur eine Nachwahl quasi nach der schönen WLAN-Panne da. Genau, und damit kann ich auch den Podcast hier für jetzt abschließen. Bedanke mich fürs Zuhören, wir hoffen, ja, dass es jetzt erstmal, wenn wir jetzt aktuell bleiben, wenn Präsidenten klappt, aber ich denke mal, das ist eine gute Wahl gewesen, auch wäre Riedmüller auch gewesen, aber Vogt ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Und, ja, hoffen wir, dass wir morgen die fucking drei Punkte mitnehmen, das wäre unsagbar wichtig, tabellarisch wäre es so angenehm, gut Hannover, wird dann auch ekelhaftes Spiel dann darauf, wird nochmal so ein ekelhaftes Auswärtsspiel, aber morgen gewinnen, morgen einschalten, Livestream ab, kam 2015 oder sowas, kurz bevor der Anfield stattfindet, layout und so weit ist alles schon gemacht, äh, im Streaming, auf der Streaming, äh, Plattform, die ich nutze, beziehungsweise hier OBS halt, kennt man ja, und auf YouTube wird dann morgen gestreamt, ab 20.15 Uhr, schaltet ein und dann vielen Dank fürs Zuhören. Zuhören. Zuhören.